Heute fahre ich durch Völkermarkt, durch Orte wie Ratschitschach, Ruden, unter Mitteldorf, Oberdorf, Neuhaus, Pudlach, Lavamünd und kurz danach weiter nach Slowenien, um dann in Travograd zu übernachten. Das Gemeindegebiet von Travograd umfasst Teile von zwei historischen Regionen. Einmal das sogenannte Unterkärten und zum anderen die sogenannte Untersteiermark. Einen wunderschönen guten Morgen mit dem Karawankenblick und mit dem Blick zurück ins Trautal und zur Wirtschaft, wo ich war. Hier, was sind das? Schafe oder Ziegen? Nee, so dass wir Ziegen aber ohne Hörner verdienen. Da doch. Ja, da ist ein Bahnhof dazu. Da hat recht schöne Sachen da. Ja, das ist auch ein Radweg, gehört aber nicht zum Trauradweg. Das ist eine vermeintliche Abkürzung, die aber dann eher zu einer Verlängerung und mehrheitlichen Steigungen führte. Na ja, alles gut. Da oben bei dem Zaun war der Weg zu Ende. Und was war da? Ein Sportplatz. So komme ich unverhofft ins Stadion. Jetzt fahre ich gerade nach Völkermarkt rein. Jetzt fahre ich durch das Städtchen Unarach. Relativ weit oben, oberhalb der Traur. Das sieht man wahrscheinlich gleich jetzt. Nee, sieht man nicht. Das ist ja auch schön, da zu fahren. Abwechslungsreich. Ja, zur Boschenschank Enzi wäre es ja schön nach dem Hügeln. Aber es geht halt jetzt nach Ratsitschak. Hörter. Also auch diese Steigungen gibt es hier rauf. Erkennt man nicht so im Video, gell? Alles sehr sanft jetzt. Aber da, da kommt wieder eine Steigung. Das sieht man jetzt gar nicht aus. Ja, wann kommt sie denn, die Steigung? Ah ja. Da hinten zeichnet sich jetzt schon wieder was ab. Okay. Das ist das Dorf Ruden. Ich fahre auch immer in der Gemeinde Ruden. Und die Traur ist irgendwie verschwunden. Zumindest der Radweg ist nicht direkt daneben. Aber das ist ja schön. Das ist abwechslungsreich. Und noch immer nicht viel Neueres. Neueres. Und der Mitterdorf. Und was passiert da? Drei, zwei, eins, go! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Irgendwie bin ich nicht ganz schwindelfrei, noch mit Bauchkribbeln, nachdem ich beim Bumgee Jumping zugeschaut habe, also glaube ich nichts für mich. Da geht es jetzt über eine Hängebrücke und irgendwie wogelt die. Komisches Gefühl. Oh ja, der Gesinn hat mir noch draufgegangen. Und da unten ist irgendwo der Fluss. Er geht mir glaube ich gar nicht richtig. Neuhaus. Wo im Trautau in Höhe. Ja, jetzt weiß ich, warum das Lava-Münther ist. Denn da fließt die Lavand, das Dunkle, in die Traut, das Helle. Ja, jetzt die Grenze nach Slowenien. Mal schauen, ob wir die jetzt aufhalten oder nicht. Also, keine Ahnung. Die Polizei ist auch schon da. Ihr müsst mich eigentlich aufhalten, weil ich ja viel mehr... Naja. Genau, in Travograd, das ist Untertrauburg, möchte ich dann versuchen ein Quartier zu kriegen. Hoffentlich hält mein Reifen vorne. Ich muss immer nachbogen. Ich verliere laufende Luft. Das ist schon das zweite Mal vorne, das ist ja völlig abnormal. Ich habe überhaupt noch nie vorgehabt. Das ist vor Trauburg. Ankunft in Untertrauburg. Also, Travograd. Ich bin in Slowenien fest.